Ähm, wenn der Schiedsrichter eine Entscheidung falsch getroffen hat... Fehlentscheidung? Nein, wer schaltet sich dann ein? Videoschiedsrichter. Ja, und auf was geht der gucken? Ähm, Fernseher, Tablet. Ja, und wie heißt das genau? Wo der hingeht und guckt? Keller. Schiedsrichter, dieser Keller. Was für Keller, Bruder? Ja, dieser Keller in Köln, Bruder! Nee, geht doch nicht zum Keller nach Köln, Mann! Egal, Nächste, Nächste. Wenn du nicht spielst... Ja, Bank. Genau, und dann bist du ein? Reservespieler. Das hast du irgendwie gesagt, das war richtig. Bankspieler. Weiter. Ja, Bankspieler. Ja, das zählt. Ähm, wenn wir in der 94. Minute auf Torlo... Bank wäre immer so, weiter. Wenn wir in der 94. Minute aufs Torlo... Und, ähm... Wir treffen. Was ist das dann? Vorgesagt. Nein! Doch, hast du gehört. Ich hab auch nicht gehört. Äh, okay. Vormachen. Ich mache jetzt vor, Mann. Einen Ball, Bruder. Ja, Mann, genau! Äh... Nein! Das war doch mal! Ähm... 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 Boah, wie heißt das? Spray? Äh... Nein, Bruder... Wieso? Traineranweisung. Coaching, Trainercoaching. Bruder, mal weiter. Ach, mal, Alter. Bei dir ist es vorbei, Alter. Wir haben ein bisschen Verlängerung. Äh... Was? Ja, Mann, genau, bitte. Er macht Racken. Ein Schwul. Was ist das? Ey... Ich bin da... Was? Was? Manuel Bischoff! Was ist das? Manuel Bischoff. Was ist das? Die Bischoff... Du sagst Coaching! Boah, er macht so Hütchen, so was. Abgekreidet, alter Trainingsformel, alter Passspiel.